Herzlich willkommen zum Webinar zum ersten Teil einer dreiteiligen Serie, um unser Milchtaxi vorzustellen, die beliebtesten Funktionen und Möglichkeiten des Milchtaxis in der Bedienung und in der Anwendung. Das erste Webinar haben wir gerührt und nicht geschüttelt genannt und die James-Bond-Experten unter Ihnen wissen sicherlich, worauf ich hier anspiele. James Bond trinkt seinen Martini. Genau, geschüttelt, nicht gerührt. Cocktail-Experten wissen allerdings, dass ein klassischer Martini gerührt wird und nicht geschüttelt. Und bei unserem Milchtaxi ist es ähnlich. Wenn wir das Milchtaxi schütteln würden, dann würden wir keinen Milchaustauscher zubereiten können, sondern wir verlassen uns tatsächlich auf das Rührwerk, das im Milchtaxi eingebaut ist, um unsere Kälbermilch zuzubereiten. In diesem Webinar soll es darum gehen, Ihnen die praktische Anwendung des Rührwerkes zu zeigen, praktisch zu zeigen, worauf es bei der Zubereitung von Kälbermilch ankommt. Im zukünftigen Webinaren, im nächsten Webinar, im Teil 2, sprechen wir dann über Kälberfütterung und im Teil 3 über das Thema Pasteurisieren. Fangen wir also an mit unserem ersten Thema gerührt und nicht geschüttelt. Das heißt, bevor wir starten, möchte ich einmal denjenigen unter Ihnen, die das Milchtaxi noch nicht so gut kennen, einmal die Bedienoberfläche des Milchtaxis vorführen. Denn das Bediendisplay ist natürlich ein ganz entscheidender Bereich, wenn es um die Arbeit mit dem Milchtaxi geht. Hier ist das Display zu sehen und man kann sehen, hier sind einige Tasten hinterlegt. Das Display, das erkläre ich später, da müssen wir jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Aber ich fange mal hier unten mit den Tasten an. Wir haben hier eine Pumpentaste, mit der man die Pumpe zum Ausdosieren der Milch aktivieren kann. Wir haben hier die Heiztaste, da starten wir die Heizung. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Das kann ich Ihnen zeigen, wie die funktioniert. Wir haben eine Kühltaste, die ist aktiv bei allen Milchtaxis, die einen Pasteurisierer haben. Hier können wir die Milch im Milchtaxi mit kaltem Wasser herunterkühlen. Dann springen wir hier rüber. Wir haben die Rührtaste, um die wir jetzt hier in erster Linie auch gehen. Damit starten wir das Rührwerk. Um drüber haben wir die Pasteurisierungstaste. Hiermit können wir eine Pasteurisierung manuell starten. Auch die ist aktiv, wenn Ihr Milchtaxi eine Pasteurisierer-Einheit beinhaltet. Alle Milchtaxis haben ein Fahrlicht vorne, das wir hier einschalten können. Hier können wir auch jetzt neuerdings unser Spotlight, den Arbeitsscheinwerfer aktivieren. Die meisten Milchtaxis werden mit einem Fahrantrieb ausgestattet. Hier können wir die Geschwindigkeit einstellen, langsam und schnell, je nachdem, wie schnell Sie das Milchtaxi bewegen wollen. Dann haben wir hier unten, last but not least, einmal die Möglichkeit, eine Reinigung zu starten und, und da kommen wir nachher auch drauf, über den Homebutton die Möglichkeit, Einstellungen am Milchtaxi vorzunehmen. Und dann natürlich können wir hier hell in der Licht sehen, die Pfeiltasten und die OK-Taste. Die brauchen wir nachher, um im Menü hin und her zu navigieren, beziehungsweise mit der OK-Taste Eingabe zu bestätigen. So, kommen wir zu der Rühr-Taste, die wir hier unten rechts haben. Mit der starten wir, wie gesagt, das Rührwerk. Und das habe ich mal hier in diesem Video dargestellt, wie das funktioniert. Wir füllen also Milchpulver ein und können quasi durch den Druck auf die Taste ganz einfach das Rührwerk starten. Einmal draufdrücken und man kann sehen, dass das Rührwerk sehr intensiv ist und dass wir die Milch sehr schnell aufrühren können. Was man auch sehen kann, ist, dass beim Display ein Timer herunterläuft. Können wir hier leider jetzt nicht sehen, aber dieser Timer zeigt quasi an, wie lange das Rührwerk noch läuft. Das sind im Standard zwei Minuten. Das brauchen Sie nicht wirklich. Normalerweise ist das Milchpulver nach 30, 45, 60 Sekunden aufgerührt. Gibt Ihnen aber auch die Sicherheit, dass das Rührwerk tatsächlich, wenn Sie es vergessen sollten, nicht ständig kontinuierlich durchläuft, sondern nach zwei Minuten abgeschaltet ist. So, wenn man das jetzt sieht, könnte man auch sagen, Mensch, ist das Rührwerk nicht zu aggressiv? Beschädige ich dann meine Milch nicht? Und das könnte man tatsächlich meinen, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass wir das Rührwerk auch benutzen, um die Vollmilch zu erwärmen. Also beim Heizen der Milch wird auch das Rührwerk mit angeschmissen und wenn das natürlich ständig in dieser Intensität laufen würde, wäre das sicherlich für die Vollmilch nicht gut. Aber das Milchtaxi wäre nicht das Milchtaxi, wenn wir nicht auch dort Möglichkeiten haben, das Problem zu lösen. Und das können wir hier an diesen beiden Milchtaxis einmal demonstrieren. Wir haben 250 Liter Milchtaxis hier stehen. Das eine auf der rechten Seite ist nur halb gefüllt, das zweite ist komplett gefüllt. Und hier kann man nämlich sehen, dass wenn wir jetzt, wie in diesem Fall, die Heizung gestartet haben, dann rührt das Rührwerk nicht kontinuierlich, sondern in Intervallen. Und diese Intervalle sind abhängig davon, wie viel Flüssigkeit im Behälter ist. Wenn wenig Vollmilch drin ist, dann rührt es kürzer. Und in näheren Intervallen, wenn viel Milch drin ist, dann ist die Rührzeit etwas länger. Aber auch die Intervalle sind etwas weiter gezogen. So, dadurch können wir eben die Milch in Bewegung halten, haben einen optimalen Heizeffekt und schaden trotzdem nicht der Milch, dass wir die eben zu aggressiv aufrühren würden. Also mit diesem Vorurteil können wir hier hoffentlich ganz gut, das können wir hoffentlich ganz gut ausräumen. Also mit Intelligenz lösen wir auch diese Herausforderung. Kommen wir kurz auf das Heizen. Natürlich, wenn wir die Milch zubereiten, dann muss die Kälbermilch auf eine gewisse Temperatur gebracht werden. Das Milchtaxi gibt es in unterschiedlichen Größen und jedes Milchtaxi hat auch eine andere Heizung. Es ist mit einer anderen Heizung ausgestattet. Die kleinen Milchtaxis 100 Liter mit 3 kW Heizleistung, 150 mit 5 kW, 260 auch etwas mehr mit 6 kW und jetzt in Kürze erhältlich das 400 Liter Milchtaxi mit 9,7 Kilowatt. Warum ist das entscheidend? Nun, das Heizelement ist so konzipiert, dass es die Milch schonend erwärmt, ohne sie anzubrennen. Wir erwärmen wirklich den kompletten Behälterboden, die gesamte Oberfläche wird feinmaschig erwärmt, sodass wir eine sehr gute Wärmeübertragung haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir nicht mit der technisch maximalen Heizmenge arbeiten und deswegen dauert auch das Erwärmen von Milch eine gewisse Zeit. Das kennen Sie von zu Hause, wenn Sie Milch erwärmen auf dem Herd in einem Topf, dann sollte man das tunlichst nicht mit der höchsten Heizleistung machen und das machen wir beim Milchtaxi auch genau angepasst. Das bedeutet, dass es natürlich etwas Zeit benötigt, um die Flüssigkeit zu erwärmen. Wenn Sie jetzt das Milchtaxi mit Wasser füllen und das Milchtaxi soll das Wasser jetzt erwärmen, dann dauert das durchaus eine Zeit und das ist jetzt eben bei allen Milchtaxis tatsächlich die gleiche Zeit, unabhängig eben von der Größe des Gerätes, gibt es eine Faustregel, die Sie sich merken können. Und zwar, wenn das Milchtaxi komplett gefüllt ist, und das ist egal bei welcher Größe, dann brauchen wir ungefähr 30 Minuten, um die Flüssigkeit um 10 Grad Celsius zu erwärmen. Also beim vollgefüllten Tank 30 Minuten um 10 Grad zu erwärmen. Wenn Sie nun kaltes Wasser reinfüllen mit 10 Grad Celsius und wollen das auf 40 Grad erwärmen, dann dauert das eben beim vollgefüllten Tank anderthalb Stunden. Also Wasser zu erwärmen ist tatsächlich in einem Boiler oder über die Wärmerückgewinnung nicht nur schneller, sondern oftmals auch kostengünstiger als hier im Milchtaxi. Daher würden wir immer empfehlen, das Milchtaxi mit warmem Wasser zu befüllen und erst dann das Milchpulver hineinzugeben und aufzurühren. Dann würden Sie sich die Frage stellen, warum brauche ich dann überhaupt noch eine Heizung? Naja, die Heizung können Sie dann noch hervorragend verwenden, wenn dann eben die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist. Also wenn das warme Wasser und das kalte Milchpulwasser reinkommt, dazu führt, dass wir nicht wirklich 40 Grad haben, wie wir sie zum Trinken brauchen, dann kann man dann die Heizung noch starten, um die Milch entsprechend auf die richtige Temperatur zu bringen. Das dauert dann eben in der Regel tatsächlich auch nur 10, 15 Minuten. Die Zeit kann man natürlich dann auf dem Betrieb auch mit anderen Sachen überboten. So, jetzt kommen wir zu einer kleinen Rechenaufgabe und Sie sollen natürlich als Zuschauer hier auch Ihren Kopf etwas anstrengen. Wenn wir jetzt Milch zubereiten wollen und wir gehen mal davon aus, Sie brauchen 100 Liter Milch für die Fütterung von Ihren Kälbern und Sie möchten diese Milch mit 14% Trockensubstanz verfüttern. 14% Trockensubstanz entspricht 140 Gramm pro Liter Tränke. Wie viel Wasser und wie viel Milchpulver müssen Sie zusammenkippen, um auf diese Menge Milch zu kommen? Jetzt überlegen Sie mal für sich, schreiben vielleicht auch mal die Menge auf einen Zettel, um sich nachher nochmal rückzuversichern. Wie viel Wasser, wie viel Milchpulver kommt zusammen? Oder wie viel benötigen Sie? Gut, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe hier drei Antwortmöglichkeiten. Das erste, die erste Antwort, die einem immer in den Kopf kommt, da kann man sich gar nicht gegen wehren, weil das ist der leichteste Weg. Man sagt, man nimmt 100 Liter Wasser und kippt 14 Kilogramm Milchaustauscher rein. Heißt, in dem Moment, wo man es denkt, aber schon, dass es falsch ist. Natürlich, denn wir haben zu viel Milch. Wir haben knapp 110 Liter Milch mit zu geringer Trockensubstanz. Das heißt, Sie füttern Ihre ganzen Kälber und am Ende bleiben noch 10 Liter Milch im Milchtaxe übrig. Und Sie haben aber alle Kälber mit zu wenig Energie versorgt. Das heißt, Sie dürfen jetzt die letzten 10 Liter nochmal auf alle Kälber verteilen. Nicht wirklich praktikabel. Gut, die nächste Lösung, wenn Sie Dreisatz rechnen können, ist dann diese. 86 Liter Wasser plus 14 Kilogramm Milchaustauscher. Das scheint richtig zu sein, aber auch nur im ersten Moment, bis man es nämlich tatsächlich mal ausprobiert hat. Denn wenn Sie das machen, dann bekommen Sie ca. 96 Liter Milch und 14,6 Prozent Trockensubstanz. Das heißt, Sie füttern Ihre Kälber und das letzte Kalb bekommt nichts mehr. Alle anderen Kälber haben aber zu viel Energie bekommen. Warum ist diese Antwort dir scheinbar richtig, scheinbar nicht richtig? Nun, das ist relativ einfach. Wenn Sie ein Kilogramm Milchaustauscher in Flüssigkeit auflösen, dann ergänzt es diese Flüssigkeit nicht um einen Liter zusätzliche Tränke, sondern nur um 0,7 circa. Also ein Kilogramm Milchaustauscher macht ungefähr 0,7 Liter Tränke. Deswegen haben Sie am Ende nicht genügend Tränke, um alle Kälber zu versorgen. So, das richtige Ergebnis sind 90,2 Liter Wasser plus 14 Kilogramm Milchaustauscher. Gut, da müssen Sie sich jetzt keine Sorgen machen, dass Sie das vielleicht nicht gewusst haben. Solange ich diese Präsentationen hier gebe, und das sind schon einige Jahre, bekomme ich immer die falsche Antwort. Also diese Antwort, 19,2 Liter Wasser und 14 Kilogramm Milchaustauscher, hat mir niemand aus dem Stehgreif gesagt. Warum können Sie jetzt aber trotzdem mit dem Milchtaxi morgens und abends Ihre Kälber zuverlässig füttern, ohne dass es ein komplettes Desaster ist? Denn anders als ich sind Sie jeden Tag im Kälberstall und füttern Ihre Kälber. Nun, weil Sie wahrscheinlich eine gute Lösung gefunden haben, dieses Problem zu umgehen. Und zwar, indem Sie tatsächlich erst die Hälfte der Flüssigkeit des Wassers in das Milchtaxi reinkippen, dann die komplette Menge an Milchaustauscher einfüllen. Und erst danach, wenn dann die komplette Milchaustauschermenge drin ist, starten Sie das Rührwerk und füllen jetzt die fehlende Wassermenge auf. Dann haben Sie tatsächlich genau das richtige Ergebnis. Dann haben Sie Ihre 90 Liter Wasser und 14 Kilogramm Milchaustauscher drin, haben genau die Menge, die Sie brauchen und können Ihre Kälber entsprechend füttern. Also, Sie machen intuitiv das richtig, wenn Sie es genau so machen. Okay, jetzt aber der nächste Punkt. Wir haben im Milchtaxi eine Möglichkeit, das noch intelligenter und noch einfacher zu gestalten, und zwar mit einer Funktion, die nennt sich Smart Mix. Smart Mix ist eine Funktion im Milchtaxi, die uns dabei hilft und dabei unterstützt, die richtige Konzentration zu bestimmen und zu berechnen. Smart Mix ist ein Drucksensor, der die Flüssigkeit im Milchtaxibehälter misst, mir also sagt, wie viel Flüssigkeit drin ist. Und wenn ich jetzt dem Milchtaxi vorgebe, wie hoch meine Konzentration sein soll, das ist hier in diesem Fall 14 Prozent Trockensubstanz. Dann sagt das Milchtaxi mir, wenn ich 160 Liter Milch benötige, dann brauchst du 144 Kilogramm Wasser, das ist dieser blaue Tropfen, und 22,4 Kilogramm Milchpulver. Weil leider Gottes einige Menschen, naja, die meisten Menschen, ihr Milchpulver nicht wiegen, sondern tatsächlich mit Schaufeln in das Milchtaxi rein geben, sagt das Milchtaxi mir hier auch gleich, wie viel Schaufeln ich hinzugeben muss. Also 17,9 Schaufeln bedeuten 22,4 Kilogramm Milchpulver. So, und Sie haben jetzt gerade gesehen, dass die Smart Mix Funktion über diese Taste hier auf der rechten Seite aktiviert wird. Und, ja, jetzt möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie die Einstellungen, die man zum Smart Mix noch vornehmen muss, so über dieses Menü, wenn Sie über den Home Button reingehen, dann können Sie hier einmal den Code eingeben. Der ist 683, das ist bei Ihrem Milchtaxi genauso. Über die Pfeiltasten und OK-Tasten stellen Sie das hier einmal ein. Und geben dann quasi in dem Menü von Smart Mix die anderen Größen ein, wie die Konzentration. Hier können Sie quasi die Milchtaxi-Konzentration eingeben. Und, ja, viel wichtiger hier natürlich die Schaufelgröße. Und die muss natürlich gegebenenfalls noch geändert werden, wenn das nämlich nicht der Tatsache entspricht. Dafür würden wir auf jeden Fall empfehlen, die einmal zu eichen. Dazu wiegen Sie jetzt Ihre Schaufeln. Wir sehen hier, das sind ungefähr 1000 Gramm. Und dann geben Sie diesen Wert auch hier über diese Pfeiltasten entsprechend ein. So, wenn Sie diesen Wert jetzt bestätigt haben, dann haben wir hier in dem Menü noch die Möglichkeit, auch auszuwählen, ob wir Milchaustauscher oder Vollmilch vertränken wollen. Hier ist jetzt nur die Milchaustauscher-Tränke ausgewählt. Vollmilch ist hier auf Nein gesetzt. Das können wir auch über die Tasten hier relativ einfach einstellen, indem man einfach sagt, so, jetzt wollen wir hier Vollmilch füttern. Und dadurch wird sich jetzt auch das Menü auf dem Screen hier verändern. Jetzt kann man hier sehr schön sehen, dass das Milchtax jetzt davon ausgeht, dass die Flüssigkeit hier 144 Kilogramm Vollmilch sind mit einer Trockensubstanz von 12%. Es ist noch kein Wasser enthalten und wir brauchen jetzt, um von 12 auf 14% die Milch anzureichern, brauchen wir 3,1 Kilogramm Milchaustauscher. Die Trockensubstanz der Vollmilch ist ein Thema. Darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen, denn die Trockensubstanz in der Vollmilch, die variiert zum Teil sehr stark. Manchmal sogar von Melkzeit zu Melkzeit, je nachdem, welche Milch Sie separieren und an Ihre Kälber bringen. Und daher haben wir auch mit SmartMix die Möglichkeit, diese Trockensubstanz einzustellen und zu justieren. Und das möchte ich jetzt in dem folgenden Video einmal zeigen. Sie starten also SmartMix. Und Sie sehen jetzt hier, wir haben jetzt in unserem Rechenbeispiel, wir brauchen wieder 100 Liter. Wir haben schon ca. 80 Liter Vollmilch drin, können jetzt mit einem Refraktometer den Trockensubstanzgehalt messen. Das Refraktometer hier von Hormut-Laue ist nicht nur in der Lage, den Briggs-Wert anzuzeigen, sondern zeigt hier tatsächlich den Trockensubstanzgehalt an. Und über die Tastenkombinationen können Sie das jetzt hier dort relativ einfach darstellen. Und Sie sehen jetzt, wir haben 82 Kilogramm Vollmilch drin mit einem Trockensubstanzgehalt von 11,6. Und um den auf 14 Prozent auszugleichen, brauchen wir schon 2 Kilogramm Milchaustauscher. Jetzt haben wir aber noch nicht ausreichend Flüssigkeit drin, weil wir brauchen ja unsere 100 Liter. In unserem Rechenbeispiel vorhin zum Beispiel. Das heißt, dass wir jetzt noch Wasser hinzufügen müssen. Also wir bestätigen den Vollmilchwert und das Milchtaxi wartet jetzt darauf, dass wir Wasser einfüllen. Und das zeige ich jetzt hier in der nächsten Folie. Das geht relativ einfach. Einfach Wasserhahn auf, Wasser reinlaufen lassen. Und das Milchtaxi misst jetzt die Wassermenge. Und man kann sehr schön sehen, dass nicht nur die Wassermenge steigt, sondern auch die Menge an Milchpulver, die nötig ist, um hier die entsprechende Menge zu erreichen. So, wir sind noch nicht ganz bei 100 angekommen. Sondern unterm Strich brauchen wir insgesamt unsere 100 Liter. Wir füllen also jetzt immer noch Wasser hinein. Das kann man hier sehen. Die Milchpulvermenge steigt. So, und jetzt wird der Wasserhahn geschlossen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr drin, als eigentlich geplant. Und jetzt kann man eben sehen, dass wir zu den 82 Kilogramm noch ungefähr 19 Liter Wasser und 5,1 Kilo Milchpulver brauchen. Das wird jetzt einmal bestätigt. Und jetzt muss ich quasi nur noch die Milchpulvermenge einfüllen. Das sind die 3,4 Schaufeln, die da rechts angezeigt werden. So, jetzt haben wir ein Gemisch von Vollmilch, Wasser und jetzt eben noch Milchpulver. Und dieses Milchpulver, was jetzt da hineinkommt, gleicht nicht nur die zu geringe Trockensubstanz der Vollmilch, sondern gleicht auch die nötige Konzentration, die ich für das Wasser benötige, was ich noch hineingegeben habe, raus. So, dass ich jetzt am Ende tatsächlich die richtige Milchmenge eingegeben habe und dann auch mit der richtigen Konzentration die Milch füttern kann. Also SmartMix ist hier eine wirklich sehr einfache Hilfe. Wie gesagt, wenn man vorhin noch mit der Milchpulverlösung, mit der reinen Milchpulverlösung, einen kleinen Workaround gefunden hat, dann ist das natürlich möglich. Natürlich, spätestens wenn man anfängt mit Vollmilch zu füttern, ist eine kontinuierliche gute Konzentration der Vollmilch ohne SmartMix eigentlich kaum möglich, weil es zu viele Parameter sind, die da abweicht. Und das kann bei der Kälberaufzug natürlich schon einen entscheidenden Unterschied machen, ob Ihre Kälber nun so wachsen, wie sie eigentlich wachsen sollten oder eben immer etwas zurückliegen. So, hier in der Wiederholung nochmal, der Bild wird bestätigt, einfach aufrühren und jetzt können wir schon sehen, wir haben da 102 Liter, also zwei Liter zu viel, aber mit der richtigen Konzentration jetzt eingegeben. Gut, soviel zur Vorstellung, Milch anmischen mit SmartMix. SmartMix hat noch ein paar weitere Vorteile, die ich hier nochmal aufführen möchte, bevor ich jetzt zum Ende komme. Und zwar ist es so, dass das Milchtaxi mit SmartMix ausgestattet auch im Display immer genau angibt, wie hoch oder wie voll der Tank jetzt ist. Die Füllmenge wird also angezeigt. Ein zweiter Punkt ist, dass während des Ausdosierens der Milch auch die Dosiermenge immer angezeigt wird. Also es wird angezeigt, wie viel Liter Flüssigkeit gerade ausdosiert wird. Das ist, wenn Sie die Flüssigkeitsmengen vorwählen, beim Milchtaxi nicht ganz so entscheidend, wenn Sie einen Eimer füllen. Wenn Sie aber große Nuckelbars zum Beispiel mit 20, 30 Liter Milch füllen oder wenn Sie das Milchtaxi nutzen, um Ihre Kühe zu drenschen und Sie wissen wollen, wie viel Drenschflüssigkeit Sie jetzt schon verabreicht haben, dann ist das eine sehr, sehr große Hilfe. Das Milchtaxi zeigt Ihnen also genau an, wie viel zum aktuellen Zeitpunkt ausdosiert wurde. Neben diesen beiden kleinen Features gibt es noch einen zweiten Punkt oder einen dritten Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Das Milchtaxi mit Smart Mix korrigiert zum Beispiel auch einen Fehler, den wir beim Milchtaxi ohne Smart Mix leider oftmals unbewusst haben. Und zwar ist es so, dass die Dosiermenge, die die Pumpe ausdosiert, bei einem vollgefüllten Milchtaxi anders ist als bei einem nahezu leeren Milchtaxi. Also der höhere Druck der Flüssigkeit sorgt dafür, dass bei vollem Milchtaxi etwas mehr Milch ausdosiert wird. Wenn das Milchtaxi fast leer ist, wird etwas weniger Milch ausdosiert. Dieser Fehler liegt bei 3 bis 5 Prozent. Das ist, das schränkt einigen nicht besonders viel, kann aber zum Beispiel der Grund sein, warum die Kälber im vorderen Bereich vom Kälberstall sich immer etwas besser entwickeln, als die Kälber im hinteren Bereich, weil vorne immer etwas mehr Milch gefüttert wird als hinten. Diesen Fehler gleicht Smart Mix aus, weil Smart Mix genau weiß, wie viel Flüssigkeit im Tank ist und dann über einen Kalkulator diesen Wert entsprechend korrigiert. Ein vierter Punkt, der beim Smart Mix oder Smart Mix Funktion quasi auch kostenlos dazukommt, sozusagen eine kostenlose Zugabe. Die Steuerung der Heizung ist etwas intelligenter. Je nachdem, wie hoch der Füllstand ist, kann das Milchtaxi auch etwas intensiver heizen. Das ist eine Steuerung, die hinterlegt ist, die Sie auch nicht beeinflussen können. Aber auch da haben wir einen gewissen Zeitvorteil, sodass man da durchaus auch 5 bis 10 Prozent kürzere Heizzeiten hat, weil wir intelligenter heizen können. So, und last but not least, und das ist ein Vorteil, den uns viele Kunden schon bestätigt haben, hat Smart Mix auch den Vorteil, dass wir die Möglichkeit haben, die Heizzeiten und die Pasteurisierungszeiten nicht als Startzeit einzugeben, sondern als Endtimer zu programmieren. Was bedeutet das? Detailliert werde ich das bei dem nächsten Webinar erläutern. Aber das bedeutet, dass ein Milchtaxi ohne Smart Mix, dass wir die Startzeit des automatischen Pasteurisierens programmieren müssen. Und dann müssen wir ungefähr berechnen im Kopf, wie viel Zeit brauchen wir mit der Faustregel, die ich vorhin genannt habe, 30 Minuten für 10 Grad Celsius, finden Sie heraus, dass Sie für das Pasteurisieren ungefähr 2, 2,5 Stunden brauchen. Also muss der Startzeitpunkt ungefähr 2,5 Stunden vor der eigentlichen Fütterung gelegt werden. Wie lange das Milchtaxi tatsächlich braucht, wissen Sie tatsächlich nicht, weil das wirklich mit der Füllmenge im Tank korreliert. Wenn das Milchtaxi allerdings mit Smart Mix ausgestattet ist, weiß Smart Mix, wie viel Flüssigkeit im Behälter ist. Und Smart Mix berechnet dann die tatsächliche Heiz- und Pasteurisierungszeit, sodass wir ganz bequem die Zeit eingeben können. Und das sehen wir hier auf dem zweiten Menü, in der zweiten Zeile, dass wir hier wirklich die Zeit eingeben können, wann wir fertig sein wollen, damit wir um 6 Uhr dann unsere Milch verdrängen können. Das ist also eine sehr bequeme Zusatzfunktion vom Smart Mix.